Wir wollen gerne noch einen Job machen. Super. Du setzt uns unter Druck. Du bist mit der lustigen Idee. Die Idee mit der lustigen Idee. Wo ist die lustige Idee? Der Mensch mit dieser lustige Idee. Komm raus, du lustige Idee. Kai. Kai. Lass ihn nochmal aufs Klo gehen. Kai. Soll ich mal einen Weg erzählen? Ja, es ist immer ein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir fahren jetzt in der Hand mit einer ganz ruhig. Entspann dich. Kurs! Was macht ihr denn hier? Nein, wo ist die lustige Idee? Welche lustige Idee? Wo ist die lustige Idee? Das sagen wir nicht, das machen wir einfach.